Halli, hallo, schön, dass Sie wieder da sind. Heute sage ich euch, wie Sie mit Kiel ein Bild zusammenführen kann oder Bilder zusammenführen können. Also, momentan sollten wir einfach mit einem neuen Projekt beginnen, also Datei 9. Und wir haben die Möglichkeit, das erste Bild einfach zu öffnen. Und Sie können, wo die Bilder sehen, dann können wir das erste Bild einfach öffnen. Das erste Bild ist zum Beispiel, ja, wir gucken einfach, ja, dieses Bild können wir zum Beispiel öffnen als erste Bild und wir haben die Möglichkeit, das zweite Bild einfach als Ebene auch anzuführen, also als Ebene zu öffnen. Dann gucken wir mal, wo die andere Bilder sind, dann können wir einfach anfügen und dann haben wir die Möglichkeit, die Bilder einfach zusammenzufügen. Und das Bild hier, das zweite Bild ist auch schon da. Und dann können wir einfach erstmal nochmal skalieren, ein bisschen drehen, damit es besser aussehen kann. Also Sie sehen schon, wir können damit erstmal nochmal richtig schöner machen. Und dann können wir hier auf Skalieren drücken und das Bild wird einfach skaliert. Und wir haben auch die Möglichkeit, nicht nur das Bild zu skalieren. Wir können auch das Bild zum Beispiel spiegeln, wie wir einfach haben wollen oder sharen. Sie sehen schon, wir können auch das Bild zum Beispiel spiegeln, wie wir einfach haben wollen. Und wir können in vertikaler Richtung oder in horizontaler Richtung einfach enden. Also so können wir, momentan haben wir zwei Bilder, erstmal das Auto und das zweite ist einfach dieses Bild hier im Doktor. Und wir haben auch die Möglichkeit, nochmal eine Ebene hier hinzufügen. Ebene hinzufügen und Sie sehen, wir haben zwei Ebenen. Wir können diese beiden Ebenen zusammenfügen, indem wir zum Beispiel auf Bilder gehen, Bild gehen und dann sagen wir, Bild zusammenfügen. Und die beiden Bilder werden einfach zusammengefügt. Oder wir machen einfach so, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, damit ich euch die zweite Möglichkeit zeige. Und die zweite Möglichkeit besteht darin, dass Sie einfach die Ebene markieren. Und dann können Sie zum Beispiel sagen, Ebene nach unten vereinen. Und die beiden Ebene werden einfach vereinen. Oder Sie können zum Beispiel, ich mache nochmal eine andere, ich zeige auch nochmal eine andere Methode. Es ist einfach hier unten, Bild zusammenfügen und die beiden Bilder werden einfach zusammengefügt. So können Sie die Bilder zusammenfügen, die Sie einfach haben wollen. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, einen Text dazu zu schreiben. Also wir schreiben zum Beispiel einen Text hier. Und wir haben zum Beispiel Bilder zusammengefügt. Wir haben hier geschrieben, unsere Texte können Sie noch nicht lesen, aber wir werden gleich bearbeiten. Also wir erhöhen einfach unsere Schriftgröße erstmal, damit Sie besser lesen können, was Sie hier da geschrieben haben. Und Sie sehen schon, man kann schon richtig leben. Und wir haben die Möglichkeit nochmal unsere Texte zu positionieren. Auch die Schriftfarbe können wir auch hier ändern. Entschuldigung. Wir werden zum Beispiel unsere Schriftfarbe in blauen Enden, die wir einfach haben wollen. Und wir haben auch die Möglichkeit, unsere Textebene nochmal zu bearbeiten. Und wir haben die Möglichkeit, nicht nur im normalen Modus einfach anzustellen, sondern wir können zum Beispiel sagen, wir wollen auf Bildschirm stellen und es wird einfach nur sein. Entschuldigung. Und dann können Sie zum Beispiel abdunkeln, wie Sie aufsehen. Und der Rest zeige ich euch. Wir können nochmal eine Sichtbare Ebene anfügen. Und wir werden zum Beispiel hier eine Ebene nochmal anfügen. Und dann schreibe ich mich einfach. Und die Schriftgeffekte, die Schriffe, den Text können wir einfach in Rot schreiben. Und wir haben auch die Möglichkeit, nochmal hier genau anzupassen. Also ich zeige euch in der nächsten Video, wie sie nochmal richtig bearbeiten können. Und ich freue mich auch, das Video mit euch getan zu haben.